hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und ja leute wie ihr sehen könnt bin ich in diesem video nicht alleine sonst im lieben normalfall dabei unseren klaren admin und moderator im stream und ja leute mit diesem video wollte ich mich erst mal herzlich bedanken dass wir die 500 abonnenten erreicht haben ihr seid wirklich so krass unglaublich innerhalb von keine ahnung zehn tagen habe ich 500 abos erreicht und es ist wirklich einfach zu heftig und dafür haben wir uns jetzt als kleines spezial in diesem video halt überlegt dass wir einen platz im clan jetzt direkt vergeben schon für die community also die plätze werden erst danach etwas exklusiver halt so verteilt weil wir wollen uns halt langsamer aufbauen und nur halt ausgewählte spieler mit aufnehmen und ja aber dementsprechend jetzt als kleines special brauchen wir einfach mal einen klaren platz für euch raus und ja was braucht man denn für so einen platz also was sollte man haben genau gut dass du es ansprichst also das mindest alter sollte auf jeden fall 14 jahre betragen sollte es schon mindestens 100 spielstunden auf biefer games absolviert haben du solltest mindestens 200 ingame wert besitzen und du solltest auch nicht scammen also noch nicht gescammt haben oder es kann mal bekannt sein den rang den du hast ist vollkommen egal du kannst auch als spielerrang bei uns mitmachen okay und wie mein also wenn ich jetzt zwar keine 200k habe aber dafür jetzt irgendwie so zwei spawner oder so in der ec habe würde das auch funktionieren auf jeden fall damit hast du den wert erreicht kannst du so gesehen sage ich mal vorne wort auch einfach die spawner verkaufen hast du auch 200k okay genau leute da wisst ihr alles was ihr für die klaren bewerbung braucht und was noch krass ist wir haben den discord jetzt mal relativ gut eingerichtet und ich habe mir doch so ein bisschen professionelle hilfe gesucht so dass das jetzt auch wirklich alles gut funktioniert und ich würde sagen ich zeige euch jetzt mal kurz den disco und sollte mehr im disco fenster drin und ja wie ihr schon seht hier ist der gute normalfall ich bin auch hier am start und ja ich zeige euch das einmal ganz kurz und zwar haben wir hier einmal die unsichtbaren kanäle die sehen nur wir die sind für den stream oder für die aufnahme und so weiter das ist nicht so wichtig für euch so wichtig für euch sind hier die zuschauer talks hier gibt es eine relativ große anzahl an talks wenn ihr miteinander talken wollte oder so ja und wenn ihr halt in den stream gemoved werden wollt gibt es hier ein warte auf move oder wenn ich jetzt sage ja wer jetzt wir machen jetzt hier einen community talk oder so dann könnt ihr gerne in den channel hier reinkommen und dann hole ich mich hoch hier ist der bereich für die clan member jetzt auch talks untereinander talken kann clan member können auch andere spieler in diese channel hier reinmoven das heißt ein normaler spieler kann ja gar nicht reingehen aber ein clan member kann andere spiele hier reinmoven und dann mit denen zusammen hier zocken hier sind noch mal ein paar channel wo man uns dann wahrscheinlich erreichen kann oder anstupsen kann je nachdem und ja jetzt noch einmal kurz die rollenverteilung hier und zwar haben wir jetzt wollen bis jetzt einen abwärts einer der wird auch wahrscheinlich nicht noch mal vergeben außer es kommt zu einem guten vertrauensfall designer können wir vielleicht noch vergeben moderatoren sind auf jeden fall gesucht bilder sehen wir dann noch wer im clan sich als gute bilder hinaus stellt klan moderator das ist btw nochmal extra rang also als der moderator der moderator hier ist klan member freund zuschau plus das kriegen leute die sehr aktiv im stream sind die können natürlich auch noch andere leute nutzen und so weiter und das war eigentlich jetzt alles was ich ja zum disco zu zeigen habe und so leute das war es dann jetzt auch mit dem video oder hast du noch was einzuwerfen ja da habe ich noch was und zwar könnt ihr auch letzten video sehen wir machen zurzeit eine 75k verlosung einfach unter dem letzten video und kommentar darunter schreiben in den namen und somit im gewinnspiel teil und ja auf jeden fall mega für aktion von dickwebs wir freuen uns alle auf das gewinnspiel genau gut dass du es noch mal erwähnt hast also einfach daran teilnehmen in den namen in die kommentare gut das war es jetzt auch euch mit dem video und ich würde sagen ciao leute bis zum nächsten mal